Ne, ne, ich bin da voll und ganz bei dir. Ich finde auch, dass wir unbedingt Ultias Rotten Mushroom werfen sollten. Ich rufe dich gleich zurück. Was machst du hier? Wer bist du überhaupt? Findest du es nicht auch ein bisschen komisch, dass du hier gerade in meine Privatsphäre eindringst? Dass du meine Wohnung siehst? Findest du es nicht ein bisschen parasozial sogar? Ja? Perfekt, dann zeige ich dir den Rest der Wohnung. Ich wohne jetzt schon seit fast zwei Jahren in dieser Wohnung und habe so gut wie gar nichts davon gezeigt oder erklärt. Und ich glaube, es wird mal Zeit. Ich wurde sowieso in der Vergangenheit ein paar Mal gefragt, ob ich eine Roomtour bzw. eine Wohnungstour machen kann. Besonders O'Kamsen. Ich weiß nicht wieso, dieser Junge hat mich zehnmal nach einer Roomtour gefragt. O'Kamsen, ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Daher beginnen wir die Wohnungstour an einem der wichtigsten Orte aller Zeiten für mich. Willkommen auf meinem Bett. Das ist offensichtlich das Schlafzimmer. Ich werde hier euch nicht allzu viel von zeigen, weil hier sehr viele private Sachen rumliegen. Aber was ich euch zeigen kann, ist dieser fucking Wecker. Das ist so ein Wecker, da geht so das Licht an. Warte mal. Oh ja. Das soll das Sonnenlicht sein. Ich habe mir den gekauft, weil ich mal vor zwei Jahren extreme Schlafprobleme hatte, also richtig schlimme. Du konntest legit zu mir hingehen und so, wach auf und ich wäre nicht aufgewacht. Das war so irre. Also dann dachte ich mir so, hey, was könnte mir helfen aufzuwachen? Geräusche haben mich nicht zum Aufwachen gebracht. Wenn du mich berührt hast, bin ich straight, hab einfach nicht aufgewacht. Ich hätte tot sein können. Auf der Seite ist der Kleiderschrank, den ihr gerade nicht seht, weil ich will euch nicht meine Unterhosen zeigen, um ehrlich zu sein. Was allerdings noch neben diesen Unterhosen, Socken, ganz normaler Kleidung noch in meinem Kleiderschrank drin ist. Kostüme. Ich habe jedes Kostüm, das ich jemals in meinen Videos benutzt habe, bis heute noch. Und irgendwie keinerlei Zweck mehr für die, weil ich mir die meistens einfach nur gekauft habe, um einen 5-sekündigen Witz zu machen. Und jetzt nehmen die die Hälfte meines Kleiderschranks ein, weil ich das Gefühl habe, ich werde die irgendwann noch brauchen. Ich sollte echt einen besseren Platz für den ganzen Scheiß haben. Dann habe ich bei diesen Kostümen noch diese Puppe von mir, die ich manchmal wegwirbe. Ein Bill OS Greenscreen. Wow, was ich da wohl nur eingeblendet habe. Und... Noch ein Greenscreen. Oh mein Gott, das hat... Wer blendet denn sowas bitte ein? Aber ansonsten ist das halt ein fucking Schlafzimmer, so ich... Penn hier. Insgesamt also ein wirklich uninteressanter Raum für euch. Perfekt, dass ich damit das Video gestartet habe. Die Zuschauerbindung liegt jetzt schon bei 20%. Also sollten wir jetzt schleunigst in den wohl interessantesten Raum der kompletten Wohnung gehen. Gehen wir nun zum Wohnzimmer über. Das ist also der Raum, in dem ich mich zu 90% der Zeit befinde. Mein wundervolles, nach Zweck eingerichtetes Wohnzimmer. Und ich weiß genau, was ihr euch jetzt vermutlich fragt. Was ist das für ein krasser Ventilator? Yo, der ist so krass! Oh mein Gott! Hey, bist du im Ventilator? Oh, ja okay, der Pub-Aufsteller. Das ist Germi, ein YouTuber und Streamer und außerdem ein super toller Mensch, beziehungsweise Freund von mir, der in gewissen Kreisen einen Legenden-Status besitzt. Also, wirklich, aber wortwörtlich Platz 1 der Twitter-Trends, ohne einen Skandal. Könnt ihr das von euch auch behaupten? Ich glaube nicht. Es ist ja fast schon ein Gesetz, dass ein Streamer einen Pub-Aufsteller von irgendeiner Person im Hintergrund hat. Und da dachte ich mir, hey, Germi. Und tadaa, Germi als Pub-Aufsteller. Der hat mich mehr als 100 Euro gekostet. Und meine Familie findet es merkwürdig. Mein Vermieter auch. Aber wisst ihr, was ganz so gar nicht merkwürdig ist? Dieses Treppenregal voller verschiedener Sachen, unter anderem Zeug, das ich von euch geschenkt bekommen habe. Hier ist zum Beispiel eine Mario Bros. 3-Lampe, die ich vor Ewigkeiten mal bekommen habe. Also, da war ich bei meinen Eltern noch zu Hause. Aber auch ein aus Bügelperlen gemachter Link auf einem Trifoss und mein legendärer Among Us-Skin, den ich immer benutzt habe. Ebenfalls mit Bügelperlen gemacht. Voll cool. Eins weiter oben ist hier eine Ocarina, die ich auf der Gamescom geschenkt bekommen habe. Ein süßer Mario-Hut aus Papier, den ich bei Zeos Filmpremiere in München bekommen habe. Dann mein Mario Odyssey-Skin, den ich in den Hide and Seagrunden mit Hubi, David und Vic immer wieder benutzt habe. Der ist auch aus Bügelperlen gemacht. Und ich in Glas. Die Stufe danach finde ich besonders cool, weil hier ist jeder Gegenstand eine Anspielung auf ein altes Hauptkanal-Video von mir. Also, wir haben da Mike aus dem Family-Party-Video, die Krone aus dem Burger King-Video, die DK-Bongos aus dem DK-Bongo-Video logischerweise. Hier ist dann noch die Brille von meinem Game-Design-Ich, die Uhr, welche Tingle um seinen Hals herum trägt und selbstverständlich Doshin the Giant. Den hat mir Andra, also jemand aus der Community, einfach selbst geschnitzt und zusammengebaut. Es ist so freaking cool, wirklich. Hier unten ist dann auch noch super cooler Stuff. Ich habe zum Beispiel den Soundtrack von Mother 1 geschenkt bekommen. Hinten sieht man auch noch den alten Rotten Mushroom-Tee, den wir früher mal angeboten hatten. Und nach der Gamescom wurde mir auch noch dieser super coole Rotten Mushroom-Pilz geschenkt. So cool. Das hat mich voll gefreut. Aber wisst ihr, was mich auch gefreut hat? Dieser Fächer hier, ich wollte den so cool aufmachen mit meiner Hand, aber das geht, das ist wirklich viel schwieriger, als ihr denkt. Ihr seht, wie ich hier rumstruggle und mir war warm. Ich musste einfach den Fächer benutzen, wenn ich den schon in der Hand habe. Der Fächer war von Lena Vanille. Die hat mir den auf der Dokumi geschenkt und ich will ihr nicht angeben, aber anscheinend ist sie sogar der größte Schimtex-Fan aller Zeiten. Ich spüre, ich habe das nicht selbst drauf geschrieben. Ach ja, und die restlichen Lücken habe ich dann so mit Retro-Konsolen gefüllt. Fynn juckt das schon. Ich meine, als ob euch Videospiele interessieren würden, oder? Aber neben dem N64 liegt nicht nur ein wundervolles Schimtex-Twitch-Logo, was auch aus Bühnenpälen gemacht hat, sondern ein Licht. Ja, oh mein Gott, mein Treppenregal kann leuchten. Es ist so wunderschön, aber nicht so schön wie diese Fanarts hier. Ich halte das für so eine große Ehre, dass sich jemand extra die Zeit aus seinem Leben nimmt, um mir was zu zeichnen oder generell einfach irgendwas zu machen. Und als ich zum ersten Mal ein physisches Fanart in die Hand bekommen habe, dachte ich mir, hey, das wäre doch cute, das irgendwo aufzuhängen. Und so kam dann diese Wand zustande. Ach ja, und ich habe anscheinend über 100.000 Abonnenten. Cool. Aber wie sieht das alles aus, wenn ich mich auf die Couch davor setze? Das klang gar nicht gut. Ich habe es jetzt nur provisorisch eingerichtet. Es ist viel zu warm. Ich weigere mich, eine Softbox heute zu benutzen. Deswegen Sonnenlicht und Deckenlicht muss heute ausreichen. Billo-Mikrofon muss ausreichen. Es ist warm. Da ist ein Ventilator direkt neben der Kamera. Wenn alles einigermaßen fancy eingerichtet ist, dann sieht das ungefähr so aus, wie in dem Lass uns reden Video, wo ich big sad war. Aber an sich chill ich mich hier einfach voll gern her. So, die Couch kann man ausziehen. Also, wenn wer vorbeikommt, bitte kommt nicht vorbei aus. Ich kenne euch. Wenn jemand von meinen Freunden hier vorbeikommt, dann kann man die Couch ausziehen und darauf pennen. Und die ist wirklich, wirklich cozy. Also würde ich alleine leben, könnte ich locker einfach nur dieses Zimmer hier haben und auf dieser Couch schlafen. Das wäre für mich kein Problem, weil ich hier ohnehin 99% des Tages verbringe. Aber leider nicht auf dieser Couch beim Videospiel spielen. Ich wünschte, es wäre so, ja. Ich kann es euch mal zeigen, wie es gerade von meiner POV aussieht. Hier ist die Switch. Hier ist ein Gamecube. Hier ist eine PS2. Hier ist meine Wii U. Hier ist eine PS3. Da ist Ring Fit. Und mein Wii Balance Board, weil ich jeden Tag Sport mache mit denen. Ich bin ripped quasi, okay? In diesen Schubläden sind halt so Controller. Man sieht sogar ein bisschen durch. Ist auch Kabelchaos. Was ironisch ist, weil ich mir eigentlich so Beutel gekauft habe, damit ich kein Kabelchaos habe. Aber dann war ich zu faul, diese Beutel zu benutzen. Und jetzt ist in jeder Schublade Kabelchaos. Dafür ist das ein Handy. Ich habe die Handyaufnahme nicht gemacht. Also für euch waren jetzt Handyaufnahmen da. Aber ich muss jetzt alle nachträglich nochmal filmen. Ach Bro, ey. Aber Timo fragt ihr euch. Was für Videospiele spielst du denn? Na dann, kommt mal mit. Willkommen beim Schreien der Jungfräulichkeit. Mit Hittitel wie Flirtgewitter für die Nintendo Wii. Elterlich. Elterliche Beratung empfohlen. Das sind also alle physischen Spiele, die ich besitze. Hauptsächlich Nintendo Games, weil ich bin mit denen aufgewachsen. Und viele aus dieser Kollektion, sage ich mal, sind auch noch aus meiner Kindheit. Ich bin ehrlich gesagt überhaupt kein Sammler mehr, seitdem ich ausgezogen bin. Weil ich tatsächlich jetzt auf mein Geld achten muss. Und nicht einfach hunderte von Euros für fucking Gamecube Spiele an Ebay-Verkäufern abgeben will. Aber ich bin actually am Überlegen, irgendwann mal einen Haufen Spiele zu verkaufen. Ich glaube, meine seltensten Games sind Paper Mario 2. Einfach weil, what the fuck, Ebay-Verkäufer, was ist mit euch los? Und die Zelda Collectors Edition für den Gamecube, die konnte man damals nicht mal kaufen. Man hat es nur über meine Nintendo-Punkte bekommen. Und ich bin mir sicher, so wie Ebay-Verkäufer ticken, dass Paper Mario 2 trotzdem teurer ist, als dieses Spiel, was man wortwörtlich nicht mal in einem Laden erwerben konnte. Aber nicht nur im Regal sind super coole Sachen, sondern auch auf dem Regal. Ich habe diese wundervolle Zeichnung auf Holz bekommen. Ich finde das immer noch so cool. Eigentlich müsste die an der Wand kleben. Die hing auch eine Zeit über diesem Treppenregal da, aber hat leider nicht gehalten. Seitdem ist die hier oben. Und das hier ist auch absolut crazy. Das ist zu unserem wundervollen, legendären Podcast Nähmann-Schneemann einfach so das Logo mit so Bügelperlen gemacht. Okay, kommen wir zur wichtigsten Ecke dieses Zimmers. Willkommen in meiner Ecke. Hier verbringe ich mein komplettes Leben, statt nach draußen zu gehen und was mit Freunden zu unternehmen. Das ist kein Witz. Ich habe keine Freunde. Bitte schreibe mein Fußballfreunde-Buch und mache es offiziell. Äh, und bevor ich über irgendwas hier reden darf, guck mal kurz rechts oben. Okay, jetzt kann ich über meinen Arbeitsplatz reden, ohne danach ins Gefängnis gehen zu müssen. Flexi-Spot hat mir nämlich diesen höhenverstellbaren Tisch bereitgestellt. Und lustigerweise hatte ich davor bereits schon einen anderen Tisch von Flexi-Splot. Splot. Von Flexi-Spot selber ohne irgendein Placement oder so gekauft und benutzt. Ich fand den wirklich nice. Allerdings war der mit einer Kurbel betrieben und ich habe eine viel zu kleine Tischplatte gewählt. Aber als die Leute von Flexi-Spot mir plötzlich einen völlig neuen Tisch angeboten haben, konnte ich quasi nicht nein sagen. Denn der ist nicht nur größer und hat diese wunderschöne Tischplatte. Nein, er ist elektrisch. Und wow, ich wusste nicht, was für ein Game Changer das eigentlich ist. Seht ihr, wie unfassbar smooth das ist, einfach vom Stehen ins Sitzen zu wechseln, ohne auch nur den Hauch von Zeit dabei zu verlieren? Das ist doch einfach geil, jetzt mal ehrlich. Haha, du sagst es, Shim-Text. Es ist halt Realtalk gesünder für mich, weil ich dadurch im Stehen an Videos arbeiten oder auch streamen kann. Ansonsten würde ich halt so 80% des Tages einfach nur sitzen und langsam aber sicher eine Schrimm-Formation einnehmen. Das Modell, das ich habe, ist by the way das E7-Tischgestell. Ihr könnt das super geil im Shop nach euren Wünschen anpassen und auch Zubehör dazu packen. Also ja, falls ihr euch den auch kaufen wollt, der Link dazu ist ganz oben in der Videobeschreibung. Ich habe, wie gesagt, in der Vergangenheit auch schon Flexi-Spot-Produkte benutzt und ich bin jetzt sogar noch zufriedener. Timo, warum sieht deine Maus so aus? Ich habe mir actually eine vertikale Maus gekauft, da ich Realtalk-Handschmerzen bekommen habe, weil ich teilweise Videos für den kompletten Tag lang geschnitten habe. Und es war wirklich ungewohnt am Anfang, ja, aber mittlerweile bin ich sehr happy mit dieser Maus und meine Hand tut actually auch weniger weh nach langen Schneide-Sessions. Das ist meine Tastatur. Irgendwas von Logitech. Ganz ehrlich, mir könnte es nicht egaler sein, was für eine Tastatur ich habe. Solange ich im Dunkeln die Tasten lesen kann, bin ich zufrieden. Hier habe ich noch mein Stream-Deck. Das nutze ich hauptsächlich, um in Streams die Szenen zu wechseln und mich auf Discord zu muten. Ist ein nettes Ding auf jeden Fall. Genauso wie das GoXLR, wo mein Mikrofon drin steckt, ich vier verschiedene Audiokanäle besitze und durch diese ganzen Tasten dort sowas machen kann. Ich benutze ein Shure SM7B. Ich bin ein Stunny-YouTuber. Es ist ein gutes Mikrofon, ihr hört es gerade, aber bei Gott, wenn ihr mit Content machen gerade erst anfangen wollt, kauft euch das nicht, weil es jeder tut. Selbiges übrigens für meine Kamera. Sie wäre eigentlich dort, aber ihr seht sie nicht, weil ich mit ihr gerade filme. Das ist aber eine echt gute Kamera, Timo. Ich glaube, ich werde mir die auch mal kaufen, weil du sie bist. Oh mein Gott! Das sind zwei Bildschirme. Ich habe absolut keine Ahnung, welche Bildschirme das sind, aber sie schirmen ein Bild und das stellt mich zufrieden. Ich kann die sogar so vertikal hindrehen, weil die auf so Armen drauf sind. Die Halterung davon ist by the way auch von... Oh, warte. Die Halterung ist by the way auch von Flexispot. Okay, kein Gefängnis. Das dürfen die nur nicht rausfinden, was ich 2004 gemacht habe. Zu guter Letzt das Herz des Ganzen. Das ist mein PC. Ich habe ihn einfach von Hardware-Rad gekauft, weil ich mich davor ca. 20 Sekunden mit Computer-Hardware auseinandersetzen wollte und dann realisiert habe, dass ich eigentlich lieber ein glückliches Leben führen will. Hier ist also einfach eine Auflistung an Zeug, das drin ist. Seit wann steht das da? Das ist ja so uncool. Okay, das war das Video. Okamsen, ich hoffe, du hattest Spaß. Das Video war nur für dich. Tschö. Ach ja, hier ist die Küche. Ich esse gern Pizza in dem Ofen.